Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir wollen so ein kleines Q&A machen. Ich will so ein paar Fragen durchgeben. Die meisten waren tatsächlich zu Quandt, weil er dann endlich mal wieder runterkommt und noch viele andere Fragen dazu. Und auch nochmal das Thema im Verlust verkaufen, weil sich das ja nochmal auch dem Ende zuneigt. Thema Steuern und so. Und ob das Sinn macht oder ob man das auf gar keinen Fall machen sollte. Ich bin da im Stream zwar schon mal drauf eingegangen, aber ja, den hat ja logischerweise nicht jeder geguckt. Dementsprechend wollen wir das hier nochmal ein bisschen auseinander diskutieren. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, erste Frage, Quandt. Was soll das? Wann kommt denn da endlich die Korrektur? Denn Quandt hat es tatsächlich jetzt geschafft und sich in die Top 30 katapultiert. Quandt auf Platz 30 und ja, da ist kein Ende in Sicht, dass wir, wie ich es lange prophezeite, aber Quandt auch irgendwann in der Top 20 sehen werden. Ja gut, das sind nochmal 75% Zuwachs, die wir hier bekommen müssten. Aber ja, Quandt hat ja scheinbar keine Bremse und die Korrekturen, das sind keine Korrekturen, das sind kurzfristige Gewinnmitnahmen und das ist halt einfach lächerlich. Also ja, eine Glaskugel habe ich natürlich nicht. Ich hätte tatsächlich gehofft, dass er hier dann ja nochmal runterkommt. Hier hat es perfekt funktioniert. Da ist meine Buy-Limit-Order ja leider nicht abgeholt worden. Meine allseits bekannte Taktik hat auch nicht funktioniert, in dem, ja immer wenn man kauft, dann fällt es. Deswegen hatte ich ja bei 131 Dollar ein QNT gekauft, in der Hoffnung, dass er dann runterfällt und ich dann nochmal nachkaufen kann. Hat er auch nicht gemacht. Ja, ist jetzt so ein bisschen hinterherrennen. Die Frage, es gibt den perfekten Zeitpunkt nicht. Ich meine, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass Quandt QNT 10.000 Dollar und aufwärts erreichen kann oder allein wenn er vierstellig wird, dann sind das ja immer noch keine schlechten Einstiegspreise und so weiter. Aber ich habe mir halt ein Regelwerk gesetzt und so weiter. Ich kaufe nicht mit einem Trend. Ein Coin kann nicht ewig steigen. Irgendwann muss die Korrektur kommen. Ja, wir haben das vergleichsweise letztes Jahr bei Solana gesehen. Da haben wir auch alle gesagt, ja ach, wärst du mal reingegangen, ach, hättest du mal bei 100 Dollar noch gekauft, weil er dann da auf 250 und so weiter hoch ist und ich kann nicht glauben, dass ich es verpasst habe hier und so weiter. Und jetzt ist es da genau an dem gleichen Punkt wieder so, ne? Wo ich mich auch immer gegen wehrt habe. Aber ich habe immer gesagt, nein, ich kaufe ihn hier nicht, ich kaufe ihn hier nicht, ich kaufe ihn hier nicht. Ne, das war die richtige Entscheidung, so, ne? Wir können es nie hundertprozentig wissen. Ich denke jetzt auch nicht, dass Quandt nochmal zurück da auf die 40 Dollar oder so fällt. Nichtsdestotrotz will ich euch das nur sagen, grundsätzlich, wenn ihr an den Coin glaubt, klar, kann man auch jetzt immer noch gut kaufen, wenn man davon ausgeht, dass er viel fünfstellig wird. Aber ich gehe halt nicht mit in den Trend rein, ne? Es gibt nicht nur Quandt, es gibt auch andere Coins, die super performen werden. Auch wenn Quandt natürlich auch meines Erachtens das Nonplusultra ist. Ich hoffe, dass er langsam mal wieder runterkommt. Auch wenn er jetzt vielleicht noch bis 200 hochzieht oder so, aber irgendwann muss er korrigieren und irgendwann wird er größer korrigieren. Ja, definitiv, das wird so kommen. Ist halt die Frage, wie fällt sie dann aus? Geht der noch bis 250 und die Korrektur geht auf 180 zurück? Oder korrigiert der jetzt vielleicht langsam mal nochmal auf 130 zurück? Wie auch immer, in der nächsten größeren Korrektur werde ich auf jeden Fall nachkaufen. Und vorher mache ich es halt einfach nicht. Dann ist das so. Und wenn er jetzt straight bis 1.000 Dollar durchzieht, dann ist das so. Dann habe ich ihn halt mal verpasst. Ich habe ja auch schon Quants im Portfolio. So ist es ja nicht, ne? Also wenn er wirklich straight zu 1.000 bis 10.000 Dollar sowas durchziehen sollte, dann geht es mir auch mit meinem jetzigen Bestand schon gut. Dann bin ich nicht reich, kein Multimillionär oder so. Aber ja, das dazu. Weder ich noch, also keine Chartanalyse der Welt, keine Elliott-Wellen-Theorie und ja, auch keine Fundamentale halten. Nichts kann euch zu 100% sagen, wann kommt die Korrektur und wann kommt er endlich mal runter und vor allem auch bis wie weit. Man kann es immer ungefähr abschätzen, so wie ich das auch mache, aber ja. Gerade jetzt in dieser Phase, die wir haben, das ist eine Phase, die so noch nie da gewesen ist mit den ganzen, ja, makroökonomischen Ereignissen, die wir aktuell einfach laufen haben. Keiner, kein, kein einziger, kein einziger auf der ganzen Welt kann euch aktuell sagen, wie die Lage aussieht, wo es hingeht, wann ist der Boden da, ist er jetzt schon da, geht das wieder los und 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 und. Also von daher, es sind schöne Preise, man kann ein gutes Dollar-Cost-Averaging betreiben, wenn man einfach monatlich kauft. Alles schön und gut und dann ist es halt so. Also das auf jeden Fall schon mal dazu. Dann war doch eine ganz interessante Frage, was wäre denn eigentlich, weil Quant ja natürlich noch so klein ist, wenn Elon Musk jetzt einfach mal alle Quants kaufen würde, weil das kann er ja, 2,2 Milliarden Market Cap, das sind ja für ihn Peanuts, da können doch einfach mal jetzt alle Quants kaufen, das wäre doch dann instabil, weil dann keine mehr Quants haben könnte. Ja, also die Rechnung, die geht nicht auf, denn automatisch mit den ersten Käufen würde er schon den Preis steigern. Das heißt, wenn Elon Musk wirklich 2 Milliarden oder so da reinschmeißen würde, dann wäre der Preis ist instant bei 7, 8, 900 Dollar und er würde bei weitem nicht alle Quants dafür bekommen, weil, ja, ihr kennt das ja mit der Liquidität, also erstmal Market Cap ist nicht gleich Marktliquidität, deswegen gibt es ja bei Shiba Inu, ist es glaube ich auch so, dieser eine Typ, der dafür 8.000 Dollar investiert hat zu 5 Milliarden, der könnte gar nicht komplett auszahlen, weil er automatisch das Projekt damit auf Null crashen würde, also es würde gar nicht gehen, so viel Liquidität ist nicht im Markt und genau so funktioniert das umgekehrt, sprich, du kannst nicht mit 2,2 Milliarden und dann hast du alle Quants, das geht nicht, also die Rechnung geht nicht auf, sprich, im Vorfeld würde das dann schon ausgerechnet werden, da hast du ja auch, wenn du so Small Cap Projekte mal gekauft hast oder so, wird es dir häufig auch angezeigt sein, wenn du da 10.000 auf einmal reinschmeißen willst oder so, so ein genannter Price Spike, der sich dann um 75% automatisch erhöht, das liegt daran, dass so wenig Liquidität da ist und du nicht einfach alle Token kaufen kannst, das geht nicht, weil Preis richtet sich immer nach Angebot, und Nachfrage und wenn einer mit 2 Milliarden um die Ecke kommt, dann würde automatisch der Preis extrem nach oben steigen, auch schon bei 100 Millionen, die da reinfliegen würden und man würde für diese 2,2 Milliarden nicht alle Quants bekommen, nicht mal die Hälfte, also nicht mal ansatzweise, das muss einfach jedem klar sein, also so funktioniert die Rechnung dann leider doch nicht, genauso ist es natürlich mit Bitcoin, selbst wenn das Geld, sonst könnte ja auch die Regierung einfach sagen, wir drucken jetzt nochmal 316 Milliarden aus und kaufen alle Bitcoins, das funktioniert so nicht, ja, um das auf jeden Fall mal außer Welt geschafft zu haben. Dann war noch die Frage, ob ich auch in XTC investiert bin und warum das so ein unter dem Radar Projekt ist, denn eigentlich hat es ja einen richtig krassen Use Case auch mit Isonorm und allem drum und dran und ja, XTC ist, fährt tatsächlich nicht unbedingt so krass unterm Radar, also es haben auch schon viele hier auf der Watchlist und es sind viele Bekannte investiert, ja, aber nichtsdestotrotz Preis regelt sich nach Angebot und Nachfrage, Use Case hin oder her. Ich finde es auch krass unterm Wert, keine Frage, ich bin in XTC investiert, aber allerdings auch ja, nicht so ultimativ, ich habe, wenn wir es jetzt mit dem ISO Portfolio vergleichen bei QNT und XRP, habe ich mehr drin als bei XTC, aber generell sollte man das auf jeden Fall nicht außer Augen lassen, das könnte noch krass werden und auch da ist natürlich klar, aufgrund dessen, dass das Market Cap natürlich noch deutlich geringer ist oder generell weniger Geld drin steckt, ist natürlich auch das Breakout Potenzial, ja, genauso wie es jetzt halt bei QNT ist, einfach deutlich größer, bei QNT haben wir es auch, warum er jetzt so krass steigt, weil es muss einfach nicht so viel Geld in den Markt fließen, ja, wenn in Bitcoin 100 Millionen fließen, ja, dann steigt er vielleicht von 19.000 auf 20.000 oder sowas, da tut sich nicht viel, aber wenn in QNT derartig viel Geld fließen würde, dann, oder sogar weniger Geld fließt, dann sehen wir ja hier tatsächlich, was mit dem Kurs passiert, wenn das, ja, Projekt einfach verhältnismäßig noch so klein ist und dementsprechend, ja, XTC ist, denke ich, meiner Meinung nach noch sehr, sehr viel zu holen, warum es so krass unter dem Radar schwimmt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil, ja, es ist ein krasses Projekt und Top 10 würde ich gar nicht unbedingt sagen, aber Platz 85 und teilweise sind wir ja nicht mehr in der Top 100 damit gewesen, also, ich würde schon definitiv sagen, zumindest irgendwo Top 40, Top 50 sollte das Projekt eigentlich stecken und definitiv bekannter sein als so manch anderes da oben, aber das ist halt wie es ist, na, für mich ist auch Veracity, also ich will die natürlich nicht miteinander vergleichen, das sind zwei völlig unterschiedliche Projekte, aber für mich ist auch Veracity einfach ein Use Case Monster und so weiter und das krebs auf Platz 360 oder sowas rum und obwohl das 370.000 Leute auf der Watchliste haben oder so und da passiert halt einfach nichts. Ja, der Preis regelt sich nach wie vor und dadurch ist, ja, so ist ja nun mal die Rangliste hier bei CoinMarketCap nach Preis beziehungsweise MarketCap dann in dem Fall und ja, wenn keine großen Käufer da sind, dann bleibt auch das beste Projekt kann in dem Fall dann ausbleiben oder sehr lange ausbleiben. Nichtsdestotrotz habe ich XTC auf dem Schirm, ich bin investiert und ist für mich ein sehr, sehr geiles Projekt definitiv. Ja, dann kam auch nochmal die Frage zum Thema Verlustverkaufen ob das überhaupt Sinn macht weil man steht mit CoinXY so krass im Minus und aber eigentlich glaubt man auch nicht mehr ins Projekt weil es wahrscheinlich noch stärker abstürzt oder weil es der Meinung nach gegebenenfalls schon tot ist und es gibt ja viele Projekte die gut im Minus gut weit unten stehen und in denen man vielleicht das Geld besser anlegen könnte wie jetzt QNT, XRP, Bitcoin keine Ahnung was alles dort wo man einfach mehr Potenzial sieht und das habe ich im Stream wie gesagt schon angesprochen verabschiedet euch bitte von diesem Gedanken im Verlustverkaufen ist falsch denn das ist nicht so das kann ein sehr, sehr taktischer und ein guter Grund sein warum man das macht erstens rein aus steuerlicher Sicht denn man kann natürlich einen Verlust auch steuerlich geltend machen aber auch da gilt ganz klar diese Einjahres-Haltesfrist ja das gilt nicht nur bei Gewinne das gilt auch bei Verluste das heißt wenn ich bei einem Coin jetzt zum Beispiel krass im Verlust stehe und ich habe den bereits seit elf Monaten so und man will den generell nicht mehr haben dann sollte man sich definitiv entscheiden den jetzt tatsächlich zu veräußern denn dann kann man noch den Verlust geltend machen wenn auch hier die zwölf Monate abgelaufen sind geht das nicht mehr dann gibt es auch keine Steuer zurück auf den Verlust und das ist etwas was man definitiv beachten muss denn wenn man zum Beispiel ja weiß okay man hat hier extrem viel Gewinne gemacht muss ja nicht nur aus Krypto sein und so weiter und man hat da jetzt 10.000 Euro die man Steuern nachzahlen müsste oder so weil man so krass gute Picks gehabt hat wie gesagt vielleicht auch aus anderen Assets oder sonst woher und man hat da irgendwo noch einen Verlust liegen dann kann man weil man sowieso an diesen Coin nicht mehr glaubt diesen Verlust einfach veräußern das ist ein Verlust von 5.000 Euro gewesen und kann damit seinen Gewinn schmälern und muss nur noch auf 5.000 Euro Gewinn Steuern zahlen anstatt auf die vollen 10.000 und so weiter wie auch wie auch immer dann die Zahl das ist jetzt eine fiktive Zahl wie auch immer man es dann auslegt oder wie auch immer wie hoch der Gewinn ist und welcher Steuersatz dann greift das ist ja jetzt ja mal dahingestellt aber einfach so vom Beispiel her das kann also definitiv ein taktischer sehr sehr guter Move sein wenn man sowieso nicht mehr an den Coin glaubt umgekehrt oder tatsächlich das auch dennoch im Verlust in andere Projekte stecken die dann mehr Sinn machen ich habe das zum Beispiel 2021 bei Litecoin gemacht da standen wir auch ich stand auch mit Litecoin im Verlust wo war das ja ich habe Litecoin in dem Fall dann hier Juli Juli 21 oder Juni 21 genau weiß ich es gar nicht mehr genau ja bei 100 Dollar verkauft obwohl mein Kauf vorher irgendwo hier gewesen ist bei 150 oder so ja erstens ich habe meinen Verlust geltend gemacht kann also von der Steuer wieder was absetzen gleichzeitig habe ich diese Profite jetzt in Anführungsstrichen weil ich habe ja trotzdem ja irgendwo Geld wiederbekommen dieses Geld hätte ich sonst nicht zur Verfügung gehabt und das habe ich wiederum in andere Coins gesteckt die dann deutlich besser performt haben weil Litecoin hat dann hier insgesamt vielleicht nochmal 100% oder so gemacht bisschen über 100% 150% oder sowas während das Geld was ich dann in andere Coins gesteckt hatte deutlich deutlich besser performt haben die zum Beispiel dann 500% oder so gemacht haben wo ich insgesamt viel mehr für rausgeholt habe also verabschiedet euch bitte sofort von dem Gedanken im Verlust verkaufen sei schlecht sei falsch das ist teilweise eine sehr sehr wichtige Sache auch tatsächlich im Verlust zu verkaufen aufgrund der Steuer und weil man das Ganze dann natürlich wie gesagt auch einfach dann in andere Assets stecken könnte die deiner Meinung nach vielleicht besser performen könnten und so ist im Verlust verkaufen eigentlich tatsächlich sogar eine richtig gute Sache vorausgesetzt man macht es natürlich richtig wenn man das Gegenteil von Blash bei Low and Sell High betreibt also teuer einkauft günstig wieder verkauft und dann hier oben wieder einkauft der typische Anfängerfehler das ist damit natürlich nicht gemeint also es sollte schon ein taktischer Move sein aus Sicht der Steuer oder wie gesagt wenn man einfach ein Projekt erkennt wo mehr Potenzial deiner Meinung nach drinnen schaut dass man das Ganze dann swappt dann hat man beide Vorteile man hat es in deiner Meinung nach besseren Projekt liegen und gleichzeitig auch noch ja ein Verlust gelten gemacht wodurch man Steuerersparnisse bekommen könnte ja das auf jeden Fall dazu zum heutigen Video zum Sonntag ich wünsche euch ansonsten noch einen sehr sehr schönen Restsonntag und guten Start in die nächste Woche ich weiß noch nicht ganz genau wie das mit Videos tatsächlich aussieht weil ich ja einfach im Hauptjob momentan sehr sehr beschäftigt bin aber mal schauen ihr werdet es ja sehen wenn die Videos online gehen oder nicht und ich würde sagen ja ihr lasst hoffentlich ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video Ciao